hallo willkommen zurück zu classified force 44 und wir müssen hier eine v2 rampe zerstöre null tage bis zum gd also das wird wohl die letzte mission sind vermutlich nur ja stufe stieg haben wir glaube ich schon gemacht wir müssen unser team ausrüsten kassidy kommt definitiv mit belanger auch alarme hätte ich gerne bei dass die frage mittel oder king weil ich noch mit die bayern im kind hat die bessere mit die fähigkeit allerdings hat er gerade ein moral problem können wir ganz kurz gucken was das ausmacht ging ja sechs moral punkte fehlen wir vergleichen der hat mehr ip ja da hat er immer noch zu wenig als er ist es ist okay könnte man überleben so anyway wir fangen an hier um anpassen du nimmst die waffe von martino so belanger ist schon ausgerüstet denke ich ja das ist das gute alarme und du musst auch mit einer waffe ausgerüstet sind du kriegst dann eventuell noch so trampi komplett mit ich sagen im studie nahkampf so wir könnten denn hier es wäre nicht schlecht wenn du den nimmst oder oder die kenne die niederbrauch so genau so in dem was und mit king würde ich eventuell sagen ich ihn würde ich sagen oder soll heute mitnehmen er hat mir die fähigkeit eventuell würde ich das sogar bevorzuge er hat mir nämlich ging mit so kampfmesser ist denke ich okay so du hast du wir haben kassidy nimm die waffe genau das unsere gute schrotflinde perfekt dann kassidy kassidy beständische armee die beschlossung ausgerüstet wir gucken mal was neu ist aber nicht dann passt das king du musst du kannst du es auch vom trampi holen das ist gut das kräftig wird auch cool aber ich glaube machen wir doch einer stadt der ist gut ausgerüstet belanger du bist ausgerüstet allerdings kann sich der alarm mit künstler ausgerüstet die bildung aktionsboden stimmel gebrauch und das hat die noch steht das ist okay was ist denn das ich denke das wäre ein Frauding oh guck mal was das kann das hatte Wittel du hast N Gesundheit maximale Moral Schusswaffe und Schaden oh ja Zielfeuerkosten Alarmi, ich glaube ich habe da eins gefunden das ist gut das ist doch was du Moral, haben wir da noch irgendwas was oh da haben wir einiges so Deckungsbonus, Moral, Schaden, Moral wiederherstellung Präzision ich habe das für die Wittel alles nicht schlecht Moralschaden ja das ist für die Wittel alles nicht schlecht so Belanger, Duwutscher dann Instruktion wiederherstellung so dann kannst du das Ding holen Wittel kommt nicht mit das ist gut so dann haben wir es Cassidy King Belanger Alarmi Cassidy King Belanger Alarmi und ja los geht's ja die do Map heute mal schon die können wir was war denn das hier der rocke verhindere den start acht ach du meine herren ach du meine herren ach du meine herren Moment oh hier können wir durch ahnungslos vier kills der steht guckt in die richtung drinnen ist er können wir ja gleich schon was tun ja eventuell sollte man das gleich schon machen oder der dreht sich nur so an der haut ab das machen wir doch gleich also steht du nähe wie jemand so ähm was machst du du gehst da runter das kannst du sie erst mal machen dann gehst du da hin oh Gott acht runde so wo könntest du hin ähm na hier eventuell gut haben wir keine andere Wahl der stirbt als nächstes so Alarmy ja eigentlich können wir uns auch hier in die offene stelle das sieht du keine art der geht da runter das ist kein problem so ja ach wir sind da rinnen oh gut ähm ja das ist keine die belanger machen das wir vielleicht besser gewinnen so der macht nichts mehr ähm wir können du hier aber wir müssen hier rinnen hier ist eine tür so sei es ja hier ist direkt der rand von der kart da haben wir uns lieber da auf so belanger kommt es hier schon mal hier hin oh ich ne gut alles klar der haupt in deckung das ist gut ähm der dreht sich schon wieder hier runter ich weiß aber nicht ob man den killen könne also könne schon aber ob man es sollte wer weiß was du auch willst da ist einer ja die geht nur rufen runter der so steht unter strom wo ist ein generator ach du hin ach du hin ja ja ok 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 da müssen wir da müssen wir definitiv da müssen wir definitiv oh frick Alami ne belanger ist das so Alami steht schon hier mit dem Rock das ist gar nicht so wenig zeit hier müssen wir denn auf jeden fall kille ich gehe schon wieder in die richtung das ist gut und der geht in die richtung das müsste safe sein jetzt hat er mir heilt uns so gar nicht lange auf eh so du gehst du hast alles es ist heim nie eben hier ist nicht nicht du gehst bitte du gehst hin hier du gehst hier du gehst du gehst wir gehen maximal genug das ist denke ich eine gute idee so ist auch gut okay es hat nur die frage ob man denne kille können das ist wirklich die frage okay misstrauisch okay okay ok 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 vier runde ja das haben wir leider keine keine wahl ja man könnte den killen müssen wir dann wahrscheinlich da ist keine deckung aber wir können du das ist das müsste eigentlich klar gehen wenn man das hier durchschneide das ist die das kostet 4 dann kann ich ja noch mal zurück das müsste gehen der ist außerhalb perfekt dann kannst du nämlich das ist ideal ja das ist ok der noch schiebt bleibt da alarme noch 5 alarme steht gut du musst hier hin du weichweide bist du du musst eigentlich auch funktionieren der erste hünder das ist gut das ist aber kein problem hoffe ich doch wo wo sie dir hin das ist die frage sieht er uns man könnte natürlich auch warte mal hier könnte mal aufschneiden das müsste ok sein dann könnte alarme eventuell doch kann er nicht doch kann er weil die geht momentan auch so rum wenn man hier aufschneiden können wir denn die kille also plan 1 hier aufschneiden plan 1 ist plan 1 ist plan gut dann haben wir nur eine methode das ist jetzt entdeckt nee oder jeder guckt in die richtung hank hier schon aus mir müssen das ding hier dann kann der weg ich glaube das ist die bessere methode ja ich will hier gehen die risiko hingehen du kannst hier bleiben das ist ja schon ne du bleibst hier nicht so du kannst dich hier drin sneaker mir alle die füße still was jetzt hätte nee komm hopp wieso der soll doch in die andere richtung gehen ich verstehe es nicht jungs nee so nicht so nicht nee verarscht mich nicht sorry das ist das das hat mir was falsches angezeigt äh äh so okay passt doch jetzt zahlt das an vorher hat das andere schon angezeigt geht so So, lass mich doch von dir nicht verarschen oder werde ich jetzt darauf aufmerksam. So, das ist doch besser. So, genau. Okay, ähm, wer? Achso, genau, das kann eventuell sogar der Belanché machen. Wenn wir kriegen, dann wird er ein Dings. Ja, machen wir das. So, der Medi ist weg. Okay. Ähm, so, ich soll ja, zwei AP. Okay. So, ähm... So, ähm... Das ist 11, 12, 30, 40. Du kannst ja Overwatch machen. Okay. Äh, was macht man, der du hinne? Was gehört sich? Hey! Nee, ich will... Ich will dich haben. 12... 12... 12... Hm. 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 Ich will noch schießen können, eventuell. Zehn. Hm. Da kannst du hier was machen. Oh, der hat noch vier von zwölf. Der macht zwei. Und du machst... Ja, wie so machst du? Okay, schade. Das ist aber gar nicht gut. Hm. 74%, eventuell sollst du das machen. So. 75% Ähm. Hm. Na komm. Ähm. Ähm. Alarmi. Hm. Okay. Ich will nur sein Moralhunder bringen, aber das ist noch besser. Also, was müssen wir so abmachen. Auf den Tor achtet, das wäre nicht schlecht. Nicht. So, ähm. Sprengladungen platzieren. What? Oh. Okay. 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 Alles klar. Alles klar. Ja. Okay. Hm. Hm. Ja. Das so können wir machen, ja. Das ist gut. Hm. Neun. 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 Fünf. 63%. Kannst du was machen. Neun. 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 Ja. Neun. 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 Wo kommen die hin? Wo brauche ich dich? Ah. Wir gehen jetzt aber nur hier hin. Nett, dass die doch irgendwie darunter kommen. Okay. Da guck mal, ich komme doch die Richtung. Oh, Alami, wenn du schießt, wenn man dort treffen würde. Oh, warte mal, warte mal. Oh, das ist doch eine schöne Granate, würde ich sagen. Wenn du die Macht reichlich schade. Ach, bei den Hündedämmen. Da kann Belanger irgendwas machen, kann er sogar. Das ist gut. So, ähm. Hmm. Moving. Yes. Right on the body. Hmm. Yes. Moving. Okay. Betäubt. Ja. Ja. Nämlich. Nämlich. So, mit dem so sehr schon mal. Ähm. Sieben. Nee, dann machen wir lieber. Machen wir lieber das. Was hier? Am Arsch. Am Arsch. Was war denn das aber, ey? So. Okay. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, dass hier ein paar Leute kommen. Ähm. Belanger. Aber wo, 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 wo kommt da Alarmy hin? Ja. itasLand. Oh, la, schlafen wir. Also wie Meura? Wie viel, oder? um die mobilen aber das können wir eventuell nutze sie zu machen Waren wir ein bisschen nachlässig. So, und jetzt kannst du eventuell Ah, was für jemand kommt. Oh, du Hinne! Interessant. Das sind die Orgo. Oh, Offizier. Achso, das waren die Wurfen, die Orgo kommen. So war der Offizier. Oh, ja. Okay, sehr schön. So, nächster Zug kommt die von der Hune. Ähm, Alami, kannst du eventuell... Ich weiß nicht, wofür ich da komme. Wenn die allerdings so jetzt herrennen, wäre der Alami hier wirklich Gold wert, wenn ich da hin rennen Ziel kann. Ja, kann also ungefähr. So. Ähm, Berger. Wer schießt denn nur ohne? Ich geh schon mal hier hin. Ja, du auf jeden Fall. Ähm, warte mal. Nachladen. Das ist wichtiger. So, Belanger. Das wäre nicht A wichtig. Genau, Belanger macht das. Und du... Elf... Elfstunde. Oh, wow. Ja. 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 da schon die schießen komplett an uns vorbei und das sind die so wie können wir jetzt so können wir in der kille so habe ich schon moral schaden ja du kannst auf jeden fall hilfe boah gestapo der wäre eventuell der wäre böse ok da müssen wir eventuell mit mit dem hier hantieren ok wir können doch vorne denn dann können wir easy kille das du musst ich eigentlich nehmen oder weil dann ist der halt dann müssen wir hier zu viel schaden wie möglich mauer ich habe einen durchschuss kann ich nicht los naja zum schuss zermürbt so wer kann dem befehl vertragen aber hier kann ich die wahrscheinlich alle gar unterdrücke wenn ich hier einfach drüber nicht genügend das habe ich übersehen oh ja oh ja das war gut ja und das war auch gut so gehst du in deckung und dann machst du das und du kannst okay 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 die erste krise haben wir haben wir vermieden aber dahin kommt schon die nächste so jetzt müssen wir mal wann kommen wir dahin gehen 1 oh ne ok 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 es ist da wo kunsthoff da. Ich würde eher sagen... Ach, schießt er vorbei. Nicht gut. Bringt gar nichts. Okay, das ist ganz gut. Da können wir jetzt nämlich... Das hier mal. Und du kannst... Sie greifen meine Flank an. Oh, ja. Das war wichtig. Och du, meine Herren. Ich soll mir überhaupt irgendwie vorankommen. Noch so Gestapo-Heini. Wow. Okay, ähm... Wir haben diversen Leute, die stören. Wie kriege ich das alles hin? Was geht so mit ihm? So, Alami kann die Donut drücken. Das wäre, denke ich, kein Problem. Und dann können wir sie ja schon mal gucken. Und Alami, da haben wir jetzt keine Chance. So, warte mal. Also... Der Tor... Der Tor muss irgendwie weg. Okay, ähm... Was macht der noch? Ich habe keine Ahnung. Das Kuscheln denn angezeigt? Keine Munition mehr. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm... Das tut's nicht. Das tut gar nichts. Das ist jetzt auch nicht. Ich muss jeden Schluss draufsetzen, dass der außer gefecht ist und kann dann das hier machen. oh gott nur offiziere das sind keine schlimmere sind das das gibt es doch nicht so der ist jetzt der schmutter und das ist wichtig der hat kein munition mehr gut gut nachladen es nur drei wunderbar okay die sind betäubt wow hat er movement so warte mal der tor muss jetzt ihr schmor so machen okay wieso eigentlich nicht so man muss eliminieren könnte nachladen so und der ist total demoralisiert das ist okay um nie geht um um und der macht ihn hier fertig hoffentlich nicht so war mir muss man mit dem motorbis hier so abonniere ich gucke auf die uhr das nimmt überhand die rakete gesprengt das ist aber mehr päuschen machen beim nächsten mal geht es dann weiter machen wir die mission fertig und harren der dinge die da kommen insofern dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye bye